Willkommen zu den heutigen Vivi News, ein weiteres Star Wars NFT steht vor der Tür. Unter anderem schauen wir uns eine sehr interessante Sache an zu den letzten Pencils, die gedroppt sind. Und wir schauen uns ein kurzes kleines Omi Update an, das und noch sehr viel mehr jetzt in diesem Video. Willkommen an Bord, ich bin es, dein Captain, dein Vivi OG mit den wichtigsten Vivi News zum Wochenende. Und heute auf jeden Fall mit ein paar sehr interessanten News. Deswegen würde ich auch sagen, starten wir direkt rein ins Video. Und starten würde ich sagen, an dieser Stelle tun wir mit dem nächsten Star Wars NFT. Und das ist nämlich der AT-ST. Und das ganze Collectible wird auch schon morgen, das heißt am Sonntag um 17.00 Uhr in deutscher Zeit droppen. Insgesamt als einzelnes Collectible. Ihr seht ihn jetzt hier auch gerade eben schon. Das Ganze im Waitlist Format natürlich wie immer. Das Ganze ist animiert mit Sound. Ich werde an dieser Stelle mal ganz kurz das Ganze einblenden. Ja, persönlich, ich finde es auf jeden Fall eine coole Sache, dass das Ganze jetzt hier droppen wird. Ansonsten haben wir hier einen Listenpreis von 60 Gems und Edition Zahl von 3.500 Stück. Was ich persönlich einfach viel zu viel finde. Wir haben es jetzt auch tatsächlich bei dem letzten Star Wars Collectible gesehen. Da waren das die ähnlichen Daten, auch Listenpreis 60 Gems, Edition Zahl 13.500. Das Ganze ist jetzt unter Floor gegangen. Für mich persönlich deswegen auf jeden Fall klar, diesen Job hier nicht mitzunehmen, sondern wenn überhaupt im Markt nachzukaufen, da das Collectible wahrscheinlich sowieso hier unter den Listenpreis gehen wird. Schreibt mir aber trotzdem sehr genau eure Meinung zu dem gesamten Collectible in die Kommentare. Es würde mich auf jeden Fall mal sehr interessieren, wie ihr diese Collectibles findet. Ansonsten möchte ich mich auf etwas versprechen kommen, was ich schon in meinem letzten Livestream angesprochen habe. Und zwar nämlich die Stifte, die wir zum Craften für diesen Table benutzen können. Und hier gibt es auf jeden Fall eine sehr interessante Entwicklung, denn der grüne Pencil hat anscheinend einen kleinen Bug, beziehungsweise einen kleinen Fehler bei den Total Editions, die hier angezeigt werden. Angezeigt werden hier 5.300 ungefähr. Und man sieht jetzt hier auch, das ist der Tinkerbell Pencil. Wenn man jetzt aber in den Markt geht und mal das Ganze nach Edition sortiert, dann sieht man hier, dass die letzte Edition von diesem Pencil, ja, jedenfalls die im Markt gelistet ist, die wir sehen, die 3.636 ist. Das heißt, also deutlich geringer einfach ist, als diese 5.300. Und die Wahrscheinlichkeit, dass bis 5.300 von der 3.636 kein einziges Collectible in den Markt gestellt wurde, halte ich persönlich für sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich. Und wenn man sich jetzt mal hier diese Zahl kurz merkt und sich dann den roten Stift anguckt, der momentan ja in etwa bei 45 Gems liegt und der hier eine Editionzahl von 3.687 hat, dann zeigt uns das hier eigentlich relativ gut, dass momentan jedenfalls laut dem Markt der Tinkerbell Stift tatsächlich sogar der rareste ist. Und wenn das Ganze geupdatet wird, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass der Markt hier auch positiv für den Tinkerbell Stift reagieren wird. Und einfach aus dem Grund, weil das Ganze natürlich deutlich rarer ist, als jetzt hier auch der rote Stift, beziehungsweise vielleicht sogar gleich rar, und dementsprechend eigentlich die Presse anziehen müssten, weil du diesen Stift dann auch definitiv brauchst, um das Ganze hier zu craften, um den gesamten Tisch zu craften. Von daher, ich persönlich gehe davon aus, dass wir hier noch einen Pump sehen werden, wenn das Ganze geupdatet wird. Wir werden aber sehen, ob das Ganze geupdatet wird, oder ob ich an dieser Stelle falsch liege. Schreibt mir auf jeden Fall sehr gerne, aber auch eure Meinung dazu unten in die Kommentare. Ansonsten zu einem ganz kurzen OMI-Update, und zwar gibt es nämlich jetzt die Funktion, beziehungsweise das Update, dass man jetzt auch sieht, wie viele MCP-Punkte man für seine gestackten OMIs pro Tag bekommt. Ihr seht das jetzt auch schon hier, für 10 Millionen OMI bekommt man momentan etwa 528 Punkte in der App. Ich habe das jetzt einfach auch mal bei mir hier ausprobiert, für eine Million bekommt man gerade mal leider nur 52 Punkte. Ich persönlich finde es auf jeden Fall ein sehr schönes Update, da man jetzt endlich auch mal sieht, wie viele Punkte man denn genau für diese OMI-Token, die man dort staked, bekommt. Ansonsten ein ganz kurzer Hinweis für alle Leute, die auch Lorkaner-Fans sind. Ich werde am Montag um 20 Uhr deutscher Zeit zusammen mit dem WC-Ente einen Livestream machen, wo wir zwei Displays wahrscheinlich aufmachen werden, einmal von mir und einmal vom WC-Ente. Ansonsten, das Ganze wird nicht hier auf diesem Kanal stattfinden, sondern auf meinem Zweitkanal Captain Random. Wer auf jeden Fall Lust hat, da vorbeizuschauen, kommt auf jeden Fall sehr gerne vorbei. Ich werde euch den Kanal unten in der Videobeschreibung verlinken. Ansonsten kommen wir zu einer Sache, wo ich euch auf jeden Fall aufmerksam machen möchte und einfach ein bisschen sensibilisieren möchte dafür, denn es gibt jetzt schon wieder hier ein oder andere Scams zum Thema OMI-Token. Wir sehen es jetzt hier auch wieder in Nauung mit OMI-Token 2023, Now Official Launched. Es ist totaler Quatsch und es ist einfach total, ja, dreist, was hier abgezogen wird, teilweise auch. Deswegen bleibt auf jeden Fall vorsichtig. Bei mir auf dem Kanal werdet ihr alle Giveaways oder auch alle Announcements und so weiter und so fort bekommen, aber das auch wirklich nur von offiziellen Seiten und das hier ist definitiv keine offizielle Seite. Und ansonsten war es das an dieser Stelle auch schon wieder mit diesen kurzen Updates zum Wochenende. Und wenn dir da draußen das gesamte Video gefallen hat, gebt dem ganzen Video sehr gerne ein Like. Und ansonsten bedanke ich mich auf jeden Fall bei dir da draußen fürs Zusehen und wünsche dir jetzt noch ein wunderschönes Wochenende und bis dann, Herr Käpt'n. Ciao, ciao.